Und damit, Moin Moin, Servus, Kusskott, Gresta, ich wurde einfach nur Hallihallo, Löchchen liebe Freunde, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, der Glorious Schwabi hier, und ihr fragt euch sicherlich schon, ja, seit ein paar Tagen, Wochen, etc. Was macht der Dude eigentlich gerade die ganze Zeit, ne? Es ist tatsächlich passiert, dass so der Fall eingedreht, dass der Strangball-Legend gerade sehr, 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 sehr zäh ist und ich mich sehr, 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 sehr hart motivieren muss, und zwar so hart wie noch nie. Und sich in unserer Community ein bisschen was entwickelt hat, und zwar spielen wir gerade alle Duelings. Ja, da gab es auch schon ein paar Streams, und vorneweg, nein, Dragon Ball Legends wird nicht aufhören. Ich brauche jetzt einfach nur diese paar Tage Abstand auch einfach, um dann auch wieder richtig reingehen zu können. Ich denke, man kennt das von Dragon Ball Legends, das muss ab und an einfach mal sein. Und, ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen mit Duelings befasst, ich bin da noch absoluter Vollnup drin. Ich möchte euch aber nichtsdestotrotz jetzt einfach mal mein Lieblings-Deck zeigen. Und, ja, das Galaxy Eyes Photonen-Deck nämlich, aus dem Event mit Kite Tenjo. Und, ähm, ich muss ja sagen, bevor ich jetzt Duelings gespielt habe, habe ich mich 0,000 mit Sechsel befasst. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, durch diesen Tweet und durch dieses Event und durch das Deck. Ich feiere es sehr, und, ja, es soll kein großes, langes Video werden. Schauen wir es uns einfach mal an, wie weit ich das Deck aufbauen konnte, wie ich über das Deck denke. Und, ja, ein Gameplay halt dazu, ne. Und ich würde sagen, rein in den ersten Kampf. Oder ins erste Duell, besser gesagt. So, und dann, wie gesagt, rein ins erste Match. Es ist eine Wiederholung. Also, ich werde das jetzt quasi mal nachkommentieren. Weil ich während dem Match, ja, ich traue es mir noch nicht ganz zu tatsächlich, äh, ja, ein qualitativ gutes Video zu machen und so. Und das Deck ist halt im Endeffekt darauf ausgelegt, die Mailkarte zu ziehen. Man wird es, denke ich, in den Duellen dann gleich merken. Ich will natürlich auch nicht vorweg spoilern. Der Gegner spielt Yami Yugi. Ist natürlich immer schwierig dann zu sagen, was man mit Yami Yugi spielt. Ich habe dieses Match sogar angefangen und, ähm, ich mag es eigentlich gar nicht, mit diesem Deck anzufangen. Aber, es wird ein Grund sein, warum ich es aufgenommen habe. So, vorneweg, Photonbrecher, ganz normale Karte kann ich spielen. Dann kann ich den Effekt von Photon, äh, Vertilger aktivieren. Das bedeutet, äh, wenn ich einen Photonmonster gespielt habe, kann ich ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Damit kann ich eine Exis-Beschwörung machen und Galaxien holen. Und Galaxien ist dafür da, um den Photondrachen zu spielen. Und damit habe ich im Grunde gleich meine zwei stärksten Monster auf dem Feld. Ich werde jetzt für dieses Duell auch einmal, ja, die Animation durchlaufen lassen, weil ich die einfach sick finde, muss ich mal dazu sagen. So. Phantomenzerstörung wird gleich noch wichtig, Wasserlochfallgrube, weiß ich gar nicht, ob ich es in dem Duell eingesetzt habe. Ähm, ja. Der Gegner spielt erstmal drei verdeckte Karten und dann dachte ich mir, jo. Da entfernen wir gleich mal eine davon, eben mit, äh, Phantomstrom der Zerstörung, der sich halt nur aktivieren kann. Wenn ich einen Galaxy-Augen-Phantomdrache auf der Hand habe und mein Effekt erlaubt es mir dann eben, wenn ich, äh, ein Phantomdrache, äh, ein Phantommonster auf der Hand habe, kann ich nochmal eine Karte meiner Wahl aus dem Deck holen. Dann habe ich die wieder geholt, um die nächste verdeckte Karte vom Gegner aus dem Spiel zu entfernen, weil die halt, ja, am gefährlichsten sind, ne. Gerade wenn man anfängt und so, äh, kann man eigentlich fast schon problemlos angreifen. Über Galaxy-Augen's Phantomdrache, ähm, ja, Effekt, äh, dazu kommen wir gleich noch. Da war ich übrigens sehr, sehr überrascht, dass der Effekt der Fallenkarte durchgegangen ist, obwohl ich sie ja eigentlich aus dem Spiel entfernt habe, aber, nun ja. Seine Möglichkeiten sind ihm ausgegangen. So, Phantomdrache sagt, glaube ich, sollte man im Metadeck an sich ist das, glaube ich, nicht drin, ich hab's jetzt mit drin, weil mir noch ein paar Karten fehlen. Damit kann ich meinen Galaxy-Augen ausrüsten, 700 stärker machen und wenn dann die Karte auf den Friedhof gelegt wird, kann ich noch eine Zauber- oder Fallenkarte zerstören und, ja, damit hat ich sein Feld quasi weg. Auch wenn er sich jetzt noch ein Monster geholt hat, um sich zu schützen. Es ist, ähm, tatsächlich zu einem meiner Lieblingsdecks geworden, muss ich sagen. Angefangen habe ich mit einem Elementar-Helden-Deck, einfach Nostalgie halber und weil ich mich da noch auskennen, aber, ähm, ja, das habe ich schon sehr, sehr gefeiert, muss ich sagen, als ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Und man sieht, ich habe sein ganzes Feld leergeräumt und das, obwohl ich angefangen habe, das ist manchmal schwierig. Tja. Und dann kam die Aufgabe und mein Win und, ähm, ja, im Grunde funktioniert so das Deck, äh, äh, das Deck, ja, Null, nochmal. Im Grunde funktioniert so das Deck und, ähm, ja, es ist darauf aufgebaut, eben schnell den Sack zuzumachen, eben den Galaxy Drachen aufs, oder Galaxy Augen, äh, Phantom Drache aufs Feld zu bringen. Und, ähm, es ist wie eine Blaupause und ihr werdet sehen, äh, die funktioniert. Und damit rein in Match Nummer 2 und, äh, ihr seht es ja jetzt halber und ich glaube, da wäre das jetzt kein Spoiler. Wenn ich sage, okay, warum machen wir das jetzt auf Spanisch dann? Wahrscheinlich, weil der Gegner Spanisch-Warnis aus seiner Sicht läuft, keine Ahnung. Ähm, ja, ihr werdet sehen, dass es natürlich ein weißer Drachendeck ist. Da brauche ich nicht spoilern und, ja, auch gegen weißen Drachendeck kann man spielen. Auch wenn die Hand, äh, in meinem Fall jetzt nicht so brickelnd war, da mir eben halt ein Monster mit einem Effekt jetzt fehlt, dass ich gleich zwei spielen kann, um eben meine Exis-Beschwerung zu machen, um eben den Galaxy Augen Phantom Drachen zu spielen. Aber, ähm, ja. Ich habe dann Phantom Sprenger gespielt und habe dann dummerweise seinen Effekt aktiviert, was dumm war, weil dann kannst du nicht mehr angreifen. Damit kann er mich zwar jetzt mit seinem Monster auch nicht besiegen, aber ich kriege auch seinem Monster nicht los, was ich ursprünglich im Kopf eigentlich machen wollte. Deswegen habe ich da ein bisschen Mist geblayt. Und, äh, ja, zur Belohnung kriege ihn den weißen Drachen. Von Nutz gesetzt. Wenn ihr übrigens, äh, irgendwie unzufrieden oder so seid, ne, ich mache das zum ersten Mal jetzt ein Duolings-Video, ne, wie gesagt, ich bin da noch sehr, sehr unerfahren drin. Ich versuche ja erst noch, ja, da euch auch ein bisschen was näher bringen zu können, wie die YouTuber das halt so machen, so. Äh, der Start liegt für mich echt beschissen. Dann kam aber, wenn ich mich richtig erinnere, genau die Karte, die ich brauchte, und, ja. Dann ging es eben wieder los, ne. Vier Sterne im Monster spielen, Spezial-Effekt aktivieren beim Monster, Spezial-Beschwörung, X-Hies-Beschwörung. Dann den Galaxy-Augen-Drachen holen und, äh, ja, los geht's, ne. Dazu habe ich noch den Effekt von meinem Char aktiviert, dass ich mir eben wieder Phantom-Strom der Zerstörung holen kann, um seinen weißen Drachen mal eben aus dem Spiel zu entfernen. Beziehungsweise ich hatte sogar eins auf dem Feld, dann habe ich mir, glaube ich, nochmal eins geholt. Genau, dafür muss ich einen anderen Phantom-Monster ins Deck wieder mischen, hatte ich ja eins, deswegen gleich die nächste Karte entfernen, gleich auf Nummer sicher gehen. War zwar eine Fusionskarte, aber hey. Ich wusste, ich kann jetzt angreifen, hatte sogar noch meinen Dreizack, das heißt, wieder 700 Angriff mehr und stärker wie der weiße Drache und der macht damit einen Abgang. Ja, und auch Galaxian war dann stärker als sein Monster und auch davon haben wir uns dann verabschiedet und dann sah es plötzlich wieder gut aus für mich. Und dann konnte er nichts mehr machen und hat aufgegeben, weil er seine weißen Drachen halt dann auch so nicht mehr spielen konnte, weil es halt die Fusion und seine Fallenkarte aus dem Spiel war und Win für euren Boy und, ja. Ein drittes Match habe ich noch für euch. So, und damit dann rein ins letzte Match gegen einen Jayden-Yuki-Spieler und ich kann schon mal sagen, es ist ein, ja, ein Heldendeck. Und, äh, das Match hat mich sehr überrascht, muss ich gestehen, aber, ähm, ja, schaut es euch einfach an. Erstmal gibt es wieder, ja, Combo-Time, ne. Von Torn-Drescher kann ich sogar auch speziell beschwimmen, wenn ich kein anderes Monster auf dem Feld habe. Hätte ich jetzt noch ein Monster gehabt, hätte ich nochmal eins spielen können auf der Hand. Aber, äh, ja. Hatte ich nicht, macht aber nichts. Ich konnte meine Combo wieder starten. Was immer ein bisschen doof ist, wie gesagt, wenn man anfängt, weil der Gegner halt darauf reagieren kann. Ich mache es lieber als zweites und One-Tourney ihn dann, im Idealfall. Aber that's part of the game, ne. Ja. Damit wieder die starke Combo auf dem Feld. Und ich hatte so ein Gefühl, deswegen habe ich mir Spiegelkraft einfach mal auf der Hand gehalten. Und ihr seht jetzt auch, warum. Da war mir Spiegelkraft in Hinterhand zu behalten, erstmal wichtiger wie Wasserloch, Fallgrube. Auch wenn es in dem Moment trotzdem weht hat, die zu verlieren. Aber in meinen Augen hatte ich die wichtigere Fallenkarte für den Notfall dann eben noch auf der Hand. Wie gesagt, es war... Ich hatte es im Gefühl. Ich hatte es einfach im Gefühl. Weil ich momentan kein Photon-Monster auf der Hand habe, konnte ich auch den Effekt meines Chars nicht aktivieren und mir dann eben die Karte erholen, mit der ich Zauber- und Fallenkarten oder allgemein jede Karte verbanden konnte. Deswegen, ja. Spannend. Und er macht dann ganz viele Sachen mit seinen, äh, ja, Visionshelden. Visionshelden bin ich tatsächlich schon wieder raus. Kann ich euch gar nicht so fix so sagen. Auf jeden Fall ist es natürlich auch darauf ausgelegt zu fusionieren und, äh, ja. Das ist ihm dann auch gelungen. Und das hat mich ein bisschen vor ein Problem gestellt. Dachte ich zumindest. Aber ich... Schauen wir mal. Visionsheld Anbetung. Hat jetzt mein Galaxy Photon-Drager erstmal hart geschwächt mit seinem Effekt. Und damit wirkt er dann eigentlich useless. Aber, in meinen Augen, hat er dann den Fehler gemacht. Aber das seht ihr gleich. Nämlich, äh, ja, der Effekt von Galaxy Out ist ja immer noch da. Und zwar, wenn er in den Kampf geschickt wird, kann ich ihn und das gegnerische Monster für diesen Spielzug, ja, aus dem Spiel, entfernen. Und, ja, er hat dann nochmal fusioniert. Er hat es dann nochmal geschwächt. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich den Effekt aktivieren kann. Beide weg sind. Ich dann zwar den Damage gefressen habe. In dem Moment aber beide wiederkommen durch den Effekt und ich meine volle Angriffsstärke eben wieder habe. Und, ja, durch Galaxy Augen jetzt halt im Vorteil bin, ne. Und um auch nochmal sicher zu gehen, erstmal sein stärkstes Monster aus dem Feld bringen. Okay, er hat meine Fallenkarte zurück in die Hand gebracht, das ist in Ordnung. Ich wusste gerade selber nicht, deswegen war ich kurz zu still. Was in diesem Moment passiert ist, hat ihn viele Lebenspunkte gekostet. Und ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich gelohnt hat für ihn. Damit habe ich das Duell da wenigstens, aber, ich sag mal, ja, ausgeglichen. Und, äh, ich wusste in dem Moment, dass er auf die 3er-Fusion geht. Und, ja, im Grunde den Fehler einfach wiederholt. Klar, Trinity hätte mich gewoneshottet. Gar kein Thema. Aber er konnte halt wieder nichts gegen meinen Effekt tun. Und er musste ja mit Trinity den Galaxy Augen angreifen. Deswegen beide aus dem Spiel entfernen. 1.800 Damage zwar gefressen, aber er hat sich damit quasi selber outplayed. Und ich vermute mal, er hat das einfach vor, nochmal irgendwie einen Zug lang genauso zu machen, dass er mich dann halt direkt angreifen kann. Aber, ja, dann kam, ja, fast schon meine Lieblingskombo, ne. Trinity aus dem Spiel nehmen und, Stratos besiegen, Damage machen. Und im Grunde wusste ich in diesem Moment dann, hey, ich hab das Duell umgedreht. Er kann nicht mehr viel machen. Und deswegen ist es, das ist für mich so ein bisschen, sag ich mal, der Nachteil am, am Heldendeck, ne. Du hast wenig Effekte, wo du, äh, Monster so an sich zerstören kannst oder Fallen und Zauberkarten loswerden kannst. Und, äh, deswegen war mein Galaxy Augen von Tondraha quasi ein unüberwindbares Hindernis für ihn durch seinen Effekt. Selbst wenn er 5000 Angriffspunkte mehr hatte. Und deswegen hat er verloren. Und, ähm, ja. Das war im Grunde auch schon das ganze Video. Ähm, wie gesagt, es war das erste Mal, dass ich ein Duelings-Video gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ähm, ja, ihr guckt auch zu beim nächsten Mal. Es gibt auch wieder Legends-Streams. Äh, es gibt auch wieder Legends-Videos. Wie gesagt, ist halt gerade so eine Down-Phase. Aber ich hab ja schon, schon seit dem Jahr oder so, sage ich, ich suche ja immer wieder mein Nebenspiel. Vielleicht haben wir es ja jetzt auch endlich gefunden. Und, ähm, schreibt mir eure Meinung zu dem Deck rein. Und, ähm, ansonsten gibt's nicht mehr viel zu sagen. Ade, es war wunderwunderschön. Danke fürs Zuschauen und tschüss.